Und somit hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer TobiTV und willkommen zu einer weiteren Reaction. Ich hab jetzt ein paar Tage Reaction-Pause gemacht und was noch wichtiger ist, ich hab ja die letzten Reactions vorproduziert für die ganze Woche. Dementsprechend hab ich die meisten Kommentare erst deutlich, deutlich nach dem Bearbeiten gelesen. Deswegen werde ich das diesmal mit der Bearbeitung ein bisschen anders machen. Schreib's in die Kommentare, ob's so besser ist. Da würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit dem Tracker von Danogy an. Und zwar, ich zocke mit Ninja Fortnite offiziell Musikvideo. Und da bin ich echt mal gespannt, das ist völlig an mir vorbeigegangen, wie das Video so ist. Und da würde ich sagen, drücken wir jetzt einfach mal auf Start. Wie fängt nice an? Ey Bruder, was ist los? Nein, ist schon okay. Du konntest es mir erzählen. Mann, es tut mir so weh. Nach dem Traum stand auf meinem Bauch. Nur viel zu viel zu laut, muss was kaum. Boah, ich spring noch mal ein bisschen zurück. Wie episch das einfach rüberkommt, ey. Geil. Einfach nur geil. Wie episch das einfach rüberkommt. Und die Stimmen auch von den beiden und auch von dem Ninja heiße. Sagt mir jetzt nix, ist wohl ein Fortnite-Spieler oder so. Ich gucke ja nicht so viele Videos, aber auf jeden Fall auch dieses Hin und Her mit den verschiedenen Arten. Das ist geil. Ja, einfach nur geil. Wir hören uns das direkt weiter an. Du konntest es mir erzählen. Mann, es tut mir so weh. Nach dem Traum stand auf meinem Bauch. Nur viel zu viel zu laut, muss was kaum. Ich stellte einen Cheeseburger. Ohne Käse. Ohne Käse. Einen Cheeseburger. Ohne Käse. Oh my God. Und ich deck mich auf. Das gerade war irgendwie wie dieser Style von Anais. Ohne Käse. Ohne Käse. Ihr kennt ja auch das von Anais, die Tracks. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber kommt dem schon sehr nah. Auf jeden Fall ein geiler Style und gut umgesetzt. Lord, denn der junge Hardball. Und ich rufe kurz den Fetten und gebe ihm mein Gorn. Ey, hallo, hallo. Ey, Bruder, du bist Fett. Ich hör dich, der... Vive, ey. Das ist ja der Insider zwischen Vive und Denji. Die wollten ja mal so ein Abnehm-Battle machen. Vive hat es jetzt geschafft. Er hat deutlich abgenommen. Denji vielleicht nicht. Naja, ist auch so ein Insider zwischen den beiden. Beziehungsweise, was heißt Insiders, kennen viele. Aber an diejenigen, die es nicht wissen, war auf jeden Fall so ein Sache zwischen denen. Auf jeden Fall lustig, dass er das Mitte reinbringt. Wenn ich mehr mein Empfang, ist wirklich schlecht. Ich lenke mich ab, indem ich Fortnite spiel. Flick nach Titter-Towers, wo ich 20 Gräser zieh. Ich poste auf den Seiten Selfie. Ein Bild mit dem Check und einem Telfi. Auf Witzel hab ich zu viel Zeit verschwenden. Geh mir lieber Menschen draußen komplimenten. Wie der Web-Stil jetzt nochmal heißt, weiß ich auch nicht mehr, der grad drin war. Aber ich find's auf jeden Fall richtig geil. Der Web-Stil gefällt mir so oder so schon immer. Und übelst, übelst gutes Reimschema, Leute. Und teilweise kommt auch der Sound so. Die Kopfhörer, die ich jetzt hier hab, bringen das sehr, sehr gut rüber. Müsst ihr auf jeden Fall, wenn ihr den Track mal hört, so oder so in der Beschreibung verlinkt, mal auf Kopfhörern hören. Und wenn ihr richtig gut habt, dann hört sich das wirklich so an, dass manche, sag ich mal, manche Voices sind so in den Hintergrund gepackt. Und das kommt auch genau so rüber. Auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Und ich bleibe für ihn immer nur sein Hof nah. Okay, der Track ist jetzt auf jeden Fall vorbei. Wir springen mal hier noch irgendwo, wo eine bessere Szene war. Naja, ist nicht so viel. Aber auf jeden Fall ein mega, mega geiler Track. Feier ich. Feier ich auf jeden Fall. Nice. Nach dem Fortnite-Song, der ja schon war. Der Song auch nochmal über Fortnite. Geil. Auf jeden Fall, Denerji, Props an dich. Und das war's dann auch von der Wii-Action. Ich find's einfach richtig geil gemacht. Das Video diesmal nicht allzu gut. Trotzdem nice gemacht. Aber kommt halt auch nicht an den Fortnite-Track heran. Aber an den Fortnite-Song. An den Fortnite-Track. Das ist ja auch ein Fortnite-Track. Aber trotzdem auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich bin auf jeden Fall geflasht. Geile Sache. Und dann würde ich mal sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer TobiTV. Habt ihr noch irgendeinen Vorschlag für eine Wii-Action? Schreibt's einfach in die Kommentare. Schreibt nochmal rein, wie ihr die Bearbeitung diesmal fandet. Und dann würde ich sagen, haut rein. Und tschüss. Euer TobiTV. Erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Tschüss.